Hilf mir hier mal kurz. Okay, Bill geht weiter durch dir, folgen ihm. Wir gucken hier nochmal, ob hier irgendwas ist. Hier sind noch Pfeile. Und herum. Oh Mann. Warte mal, wie viele Scheißdinger sind denn hier wieder? Versuchen wir es jetzt mal ohne zu kämpfen. Hier weiter zu kommen. Solange es geht. Ich meine, die sind doch okay. Okay, solange es keine Klicker sind, ist alles in Ordnung. Bei Klickern bin ich echt nicht gut drauf. Bei denen hier, die sind mittlerweile nicht mehr so hart. Ein paar Pfeile bekommen wir auch immer zurück. Und jetzt müssen wir durch dieses Bus-Labyrinth hier gehen. Das ist bloß kein Klicker. Bloß kein Klicker. Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Wir heilen es mal lieber vorher. So, machen wir mal zwei Verbände wieder. Okay, da liegt eine Leiter. Ah, hier ist der Punkt. Pantin, kannst du dir vorstellen, wenn ich bei Outlaws erst bin, wenn ich hier schon so aufgeregt bin und hier so eine hohe Anspannung habe? Ach, apropos, ich habe gesehen, es gibt ja Outlaws 2 sogar jetzt auch kostenlos. Bei Playstation Plus. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist. Sie drücken gegen den Zaun hier drüben. Er hat mich verhalten. Verdammt verschlossen. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill. Ich hab's. Durch das Fenster. Schnell. Ja, hallo? Bei dem ist er mit einem Schuss tot. Ich will jetzt, beeil dich. Hilf mir. Bist du jetzt so weit? Kommen wir jetzt da rein oder nicht? Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Runner! Das ist ein Klicker. Warte mal, da ist der... Boah, ich hasse die Klicker. Wie und jetzt? Achso. Jetzt müssen wir einen anderen Ausgang suchen. Was ist denn denn hier? Oh Gott! Oh shit! das war so alles nicht geplant hier gerade ich weiß gar nicht wo hier die ganzen wann und so her kam also ein habe ich da gesehen aber gucken wir mal ganz kurz ob hier irgendwas liegt ein spinnen dann vielleicht warum kommt jetzt alle raus ja 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 Nur keine Klicker, bitte keine Klicker. Nur bitte keine Klicker, alles andere ist okay. Da haben wir noch irgendwas. Oh Gott, ey. Das sind Flaschen. Das sind wieder nur Runner, ne? Ja. Das sind, glaube ich, nur Runner. Das ist okay, Runner sind okay. Ne, wir heilen uns noch nicht. Rona! 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 All missed. Was? Oh Gott, wie viel nippt der? Oh Gott, wie viel nippt der? Was ist der denn? Warte mal kurz. Was heißt denn alle erstmal Reserven verballern? Also entweder haben wir ihn richtig gezielt. Und vor allen Dingen, wie rennt der nochmal schnell? Also wir haben da zwei Runner, die sind kein Thema. Wir haben da dieses große fette Vieh. Entweder muss man den Kopf treffen oder man muss gucken, dass er selbst in seine Scheiße läuft. Wie macht man das denn? Hm. Warte mal, haben wir so ein Molotow-Ding? Haben wir die? Ne, ne? Warte mal, haben wir so ein Molotow-Ding? Okay, das klappt nicht. Aber da oben. Hm. Die Seile kommen nicht nur noch so. Ich halte gleich! Was hat die denn gleich? Sie sind alle da? Äft. Warte mal, ... Es Lars wie diese Oi. Da. Ich halte die Hecht entstanden. Hm. Was ist hier denn irgendwie was? Oh fuck. Bringt das was? Oh, das war nicht gut. Hm, aber wie kriegen wir denn jetzt tot? Oh, das war nicht gut. 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 Aber wir haben es geschafft. Äh, und wie sieht man die jetzt einfacher, Hunting? Hätte man das jetzt einfacher machen können? Oh, das war nicht gut. 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 Vielen Dank.